Ich bin der Vordenker und Entwickler vom Castillo Catalana Estima und heiße Jan-Hendrik Feldner und bin sehr, sehr froh, dass wir die Auszeichnung Restaurant from Spain bekommen haben, neben den vielen anderen Prämierungen, die wir erhalten haben. Die Auszeichnung Restaurant from Spain ist für uns besonders bedeutsam, da sie unsere Arbeit, unsere langjährige Arbeit hervorhebt und eine klare Unterscheidung zu den Vorstellungen der Gäste darstellt, was ist eine spanische Küche. Wir arbeiten ja mit ganz vielen sehr hochwertigen Produkten aus Spanien, auch natürlich insbesondere aus Katalonien. Ja, hallo, ich bin der Jürgen Birth, ich bin Küchenchef im Estima bei Catalana in der Altstadt von Erfurt. Bei der Auswahl der Produkte achten wir auf Frische vor allem und Regionalität, soweit es möglich ist bei unserem Konzept, versuchen wir natürlich frische, auch regionale Produkte zu verwenden. Ansonsten authentisch spanische Produkte, wie zum Beispiel den Baifego Thunfisch oder die Mandeln, die Magona-Mandeln, die wir direkt aus Spanien beziehen. Das Estima ist deshalb eine Besonderheit, weil es seit 2005 unter dem Namen Castillo Catalana das erste katalanisch orientierte Tabas-Restaurant in Deutschland war. Und wir arbeiten seit 2006 mit der Escola Hostelleria Hoffman zusammen. Alle meine Köche sind dort in den Lehrgängen gewesen, haben die katalanische Küche von Pieda Pica auf gelernt. Und es ist uns auch wichtig, dass wir vor Ort in Barcelona verschiedene Anlaufpunkte haben. Die Lage Kataloniens liegt ja direkt zwischen dem Meer und den Bergen. Dadurch ist auch oft Fisch und Fleisch zusammenverwendet, wie zum Beispiel Maram und Tanja. Daher versuchen wir das auch in unsere Küche mit einzuarbeiten. Abgesehen davon gibt es auch viele Einflüsse, zum Beispiel von den Mauren mit Gewürzen, wo man jetzt nicht direkt in der spanischen Küche vermuten würde, zum Beispiel Rasulhanut. Restaurants from Spain, die Auszeichnung, steht für einen sehr hohen Qualitätsnachweis der sehr hochwertigen spanischen Produkte. Das sollte noch mehr in den Fokus geraten, damit die Gäste wissen, wenn sie in ein Restaurant from Spain gehen, dann bekommen sie auch authentische Gerichte serviert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017